Interesse auf jeden Fall, weil es war eine gute Gelegenheit einfach für mich, zweite Liga zu spielen und einfach einen Platz zu haben, wo ich wirklich jetzt aus mir rauskommen kann und mich zeigen kann. Also tatsächlich ging es sehr, sehr schnell. Schon in der ersten Woche habe ich schon eine Wohnung gefunden gehabt und bin daher sehr, sehr, sehr froh. Am besten gefällt mir, dass ich Fußball spielen kann hier, würde ich sagen. Aber ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen. Ich habe jetzt schon einige Sachen gesehen. Ich wohne nicht ganz, ganz so weit weg vom Inselwaldpark. Also das heißt, der ist nicht schlecht. Vor ein paar Tagen sind wir hier auch an dem See entlang gelaufen. Deswegen muss ich sagen, Braunschweig hat ein paar schöne Ecken. Aber am meisten gefällt mir der Eintrachtstadion. War wirklich ein schönes Gefühl. Natürlich, du stehst, erstes Pflichtspiel, du spielst gegen Hamburger SV, großes Stadion. Ich glaube, über 50.000 waren dabei. Deswegen, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und deswegen freue ich mich noch öfters, das Wappen zu tragen und einfach zu spielen. Ja und nein. Also ich habe jetzt kein gewöhnliches Ritual, so wie jetzt viele Spieler machen, sondern bei mir ist es so, dass ich einfach nur bete. Ich glaube an Jesus Christus und deswegen ist es für mich einfach nur, dass ich mit dem Glauben in den Platz reingehe und das reicht. Einfach Jesus Christus und Überraschung. Ich glaube, irgendwas in der Gemeinde, also irgendwas in der Gemeinde, christlich, also da. Aber jetzt wirklich beruflich hätte ich jetzt nichts im Kopf, außer Fußball. Also ich habe sehr, sehr viele Spiele früher als Kind mir angeschaut. Also das ging von sehr, sehr vielen von Zidane, dem brasilianischen Ronaldo hin, sehr, sehr viele. Aber mein Idol ist schon wie gesagt, Jesus Christus. Das ist der, in dem ich folge. Gute Frage. Ausschlafen, auf dem Fall ausschlafen, entspannt frühstücken, beten, im Wort lesen, mit Familie Zeit verbringen. Sehr viel Zeit verbringen mit der Familie und einfach ein bisschen Spaß haben. Gerne auch vielleicht was anderes machen. Ich spiele gerne auch Basketball. Ja, sowas. Vitalo. Das ist ein, ist ein kongolisches Getränk. Das darf nicht fehlen, ja. Bibel. Das reicht. Das reicht. Stuttgart. Whew! Bes